Wir haben ein Autoschlüssel gefunden. Ein Autoschlüssel? Wir haben ein Autoschlüssel gefunden. Wir verlosen ein Auto. Wir verlosen ein Auto. Ein Polstrafen übrigens. Ja. Da ist ein Anhänger dran. Der sagt immer, dass er im Anhänger steht, kann die Schlüssel bei uns abholen. Wir verlosen ein Auto. Daniel, bist du jetzt so weit? Da muss ich nur einen singen. Sieh mal. Ayo Captain Jack. Ayo Captain Jack. Bittemann Trello. Ayo Captain Jack. Ayo Captain Jack. Ayo Captain Jack.